Das heißt es wieder neu im Katalog hier bei Pearl TV. Und wenn Sie den aktuellen Katalog haben, brauchen Sie auch gar nicht weit zu blättern, um das zu finden, nämlich genau auf Seite 2 haben wir hier ein unglaublich tolles Produkt, worauf scheinbar Deutschland gewartet hat. Es ist ein Labeldrucker mit Thermotechnologie, also wirklich toll, um Ordnung und sein Leben in die Ordner, in alles Mögliche zu bringen. Aber das ist so gefragt, dass es sofort nach Erscheinen des Katalogs ausverkauft war. Aber wir möchten Sie Ihnen trotzdem vorstellen, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, dass Sie bei der nächsten Lieferung, die auch gar nicht so lange auf sich warten lässt, dabei sind. Aber, Ingo, es ist wirklich enorm, was man hiermit alles machen kann. Ja, Ralf, du kennst das und Moni, du kennst das vielleicht auch. Früher, wenn man Labels gemacht hat, da gab es diese Pressdinger, wo man Buchstaben in so einen Plastikstreifen reingepresst hat. Da ging immer so klack, klack. Und dann sah das aber doch irgendwie immer komisch aus. Und wir waren halt darauf beschränkt, dass wir nur die Buchstaben nehmen, die da auf diesem Rad da einmal dabei sind. Jetzt haben wir einen Thermolabeldrucker. Und dieser Drucker ist, wie der Name sagt, Thermo. Das bedeutet, er braucht keine Tinte, keine Kraft, gar nichts. Das wird reingebrannt, müssen Sie sich vorstellen, in das Papier. Das heißt, wir haben keine Verbrauchsmaterialien außer das Papier. Sie brauchen keine Tinte nachzufüllen. Ganz, ganz einfach. Das Ganze ist natürlich im 21. Jahrhundert. Das heißt, heute können wir ein Label machen. Das kommt mit dieser Software dazu. Der verbindet sich per Bluetooth mit dem Labeldrucker. Ich mache das mal hier runter, dass wir das beides zusammen vielleicht ins Bild kriegen. Und jetzt habe ich mal einfach irgendwo hier reingetippt. Und jetzt muss ich nur hier auf Drucken drücken. Drücke mal Druck. Und dann kommt das Label hier auch schon raus. Hier, sehen Sie das? Wow. Das ist so ungefähr vier Zentimeter breit. Und Thermo. Das heißt, es wird hier also reingebrannt. Das Papier selber ist auch noch mal ganz interessant. Und ist laminiert. Das heißt, da kann ich auch mit dem Daumen rüber gehen. Das verwischt nicht. Und ist eben sehr, sehr haltbar. Ja, was kann man alles labeln? Was haben Sie wahrscheinlich auch zu Hause? Eine Kaffeedose? Meinen eigenen Kaffee? CDs? Wenn ich die mal verleihe, will ich ja auch wissen, dass jeder weiß, dass das meine CDs sind. Oder, Reif, und das haben wir heute Morgen gefunden bei uns, ein Memorystick. Den haben wir jetzt dafür bei uns im Studio hier, wenn wir Videos irgendwo vorführen müssen. Da sind die Menge Pearl-Videos drauf, das wir dann eben auf unseren Kameras oder auf diesen ganzen elektronischen Geräten wiedergeben können. Sie sehen, da ist kein Label drauf. Hier kann ich jetzt ganz einfach hier mit meinem Label-Maker mal ein Label dafür machen. Schauen Sie mal. Ich gehe hier rein, nehme das Ingo raus und schreibe jetzt mal, was haben wir hier? Ich halte es mal andersrum, dann kann ich es besser tippen. Also ich finde es unglaublich toll. Geht es Ihnen auch so, dass Sie manchmal Sachen, ich sage jetzt mal ein Beispiel, Gefrierschrank einfrieren, dann ist es ja gefroren, da sieht man nicht mehr so direkt rein. Und dann wissen Sie nach zwei, drei Wochen nicht mehr, was war jetzt da drin. Beschriften Sie es mit einem Labeldrucker. Ordner, schaffen Sie Ordnung, nicht nur durch Ordner, sondern auch durch beschriftete Ordner. Marmeladengläser, welche Marmelade habe ich drin? Die Klingelschilder, das ist so ein Klassiker. Aber egal, was Sie labeln, was Sie beschriften wollen, hiermit funktioniert es. Du hast jetzt geschrieben, jetzt können wir den USB-Stick hiermit auch beschriften. Genau, ich habe jetzt hier Videodateien geschrieben. Sie sehen das hier im Display, das ist ein bisschen schwierig zu sehen in der Kamera, ich versuche es mal zu neigen. So, dann kann ich hier auch noch die Schriftgröße verändern. Sehen Sie das? Wow. Das ist also auch nochmal ganz einfach zu machen, bis es passt. Ich kann das nach oben und unten auf dem Label stecken. Und dann kann ich einfach Druck sagen und schon wird es mir hier auf meinem Labeldrucker ausgedruckt. Hier kommt mein Label raus. Jetzt lege ich das Telefon mal beiseite, reiße mir mein Label ab, habe hier meinen Memory-Stick, mache das Label ab hier. Das ist natürlich selbstklebend. Also ich finde das toll auch für Werkzeuge, für Spielzeuge, vielleicht von den Kindern, die mit in den Kindergarten oder in den Sandkasten gehen, damit sie nicht verwechselt werden. Also meine, ich weiß noch, meine Großmutter, die hat als früher immer so Sachen bestickt oder irgendwie anders gekennzeichnet. Aber das ist ja wesentlich einfacher. Es erleichtert das Leben und die Nachfrage ist riesengroß. Wie gesagt, erste Lieferung in unserem aktuellen Katalog, drei Tage nach Erscheinen des Katalogs ausverkauft. Jetzt können Sie vorbestellen. Und das würde ich Ihnen unbedingt raten, weil ich glaube, so ein Labeldrucker braucht jeder Haushalt. Monika, hast du so Sachen, wo du gerne mal beschriften würdest, aber wusstest bisher nicht was? Was? Fällt dir gerade spontan was ein? Meine ganzen Gewürze, die würde ich gerne schön beschriften. Ja, Gewürze. Sieht das schöner aus und auch meine Ordner. Ich habe nur so eine Unordnung, das wäre immer ganz sinnvoll. Man denkt ja oftmals, wenn man Sachen nicht beschriftet, ach, da erinnere ich mich noch dran. Ja, wenn ich es nächstes Mal habe, dann ist mal drei, vier Wochen was nicht, dann weiß man es nicht mehr. Also Ihnen wird es genauso gehen. Also das ist einfach sicher. Tja, aber eben, ich sage jetzt mal, Klingelschädel da mal richtig wieder schön beschriften, Briefkästen. Oder auch mal, oftmals, wenn man in Mietswohnungen wohnt, ist zwar unten beschriftet, aber oben nicht. Dann kann man die Tür wieder beschriften. Ordner, ja. Also ich finde das klasse. Und wie schnell es geht, hat Sie jetzt hoffentlich auch überzeugt. Dann holen Sie sich gleich diesen Labeldrucker. Bestellen Sie ihn vor. Sie sind dann bei der nächsten Lieferung dabei. Ich sage Ihnen auch gleich mal die Bestellnummer, die ZX5171 und die 569. Und Sie bekommen es natürlich wieder zum TV-Sonderpreis. Ja, Ralf, und weil wir im 21. Jahrhundert sind und das mit einer App ist, sind den kreativen Möglichkeiten hier bei dem Label natürlich keine Grenzen gesetzt. Sehen Sie mal, ich habe hier jetzt Videos mal aufgeschrieben, aber ich habe jetzt auch natürlich die Möglichkeit, hier meine Emojis dazu zu tun. Ich kann Ihnen ein Herz dazu machen und vielleicht so ein Smiley noch mit den Sternen. Kann ich einfach machen, bestätigen. Das war mit diesen anderen, mit diesen Tackern, sage ich jetzt mal, unmöglich. Da konntest du die Bruchstaben machen, ja. Und jetzt drucke ich das mal für Sie, dann sehen Sie, wie das hier rauskommt. Da kommt dann eben gleich mit dem Smiley und dem Herz kommt es dann raus. Ihnen sind also keine Grenzen gesetzt hier. Sehen Sie das? Ich kann sogar Fotos damit draufkleben. Also das ist jetzt eine Spielerei, sage ich mal, aber man kann da tatsächlich auch... Du kannst ein Foto machen und das auf dem Label-Drucker? Ja, willst du es mal sehen? Ja, gerne, gerne, gerne. Sie ja mit Sicherheit auch. Also ich finde, was heutzutage so möglich ist für ganz kleines Geld, 31,34 Euro ist begeisternd. Und man kann das eben hier wirklich alles belabeln, was man macht. Und ich glaube, auch wieder selber kreativ werden, auch mal wieder Marmeladen machen oder Tee-Mischungen oder Ähnliches ist voll im Trend. Aber die sollte man auch beschriften. Wie gesagt, zwei, drei Wochen später weiß man nicht mehr, welche Marmelade war das, welches das, was habe ich da eingefroren oder was ist das für eine Gewürz- oder Tee-Mischung. Jetzt hast du ein Bild hier jetzt live gemacht. Von deinem Moni gerade. Und das druckst du jetzt auf dem Label? Das drucke ich jetzt mal auf dem Label. Das ist natürlich in schwarz-weiß. Aber das kann ich jetzt hier auch drauf drucken. Gehe hier auf drucken. Haben Sie sowas zu Hause schon mal gesehen? Also ich vorher nicht. Ich auch nicht. Und das jetzt für diesen kleinen Preis. Übrigens die Rolle mit dem Papier, das selbstklebend und laminiert, abwaschbar, fett erweisend ist, ist mit dabei. Da haben wir es jetzt. Also Beschriftung, zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach einen Ordner beschriften hier. Ich schenke dir das Bild mal. Dann das Bildchen dazu. Dann wird man es sehen. Bitte jetzt vorbestellen, dass Sie bei der nächsten Lieferung dabei sind. Für Sie nochmal die Bestellnummer, die ZX 5171 und die 569 der Preis 31,34 Euro Cent. Jetzt haben wir gesagt, eine dieser Rollen ist dabei, das man richtig schön beschriften kann. Aber wir haben natürlich noch Ersatzrollen für Sie. Und zwar zwei Varianten. Einmal zwei Rollen, jeweils acht Meter in weiß, so wie es eigentlich ganz normal ist. Hier haben wir die Bestellnummer ZX 5172 und die 569 für gerade mal 12 Euro. Und da kann man ja acht Meter, also das ist eine ganze Strecke. Acht Meter können Sie sich ausrechnen, vier Zentimeter. Wunderbar schon ausdrucken. Und wir haben das Gleiche nochmal bunt. Das werden wir jetzt auch gleich sehen, wenn man mal bunte Etiketten, drei verschiedene Farben labeln möchte. Da sehen wir es. Gelb, Blau und Pink haben wir hier. Das ist wunderbar. Und das für gerade mal 18,99 Euro. Und die Bestellnummer hier für das Dreierset der bunten Labels ist die ZX 5173 und die 569. Also ich bin total begeistert von diesem Produkt. Auf sowas hat ganz Deutschland gewartet. Das sieht man auch an den Verkaufszahlen, an den Vorbestellungen. Und ich kann Ihnen noch eins sagen, wir stellen Sie jetzt wirklich vor, dass Sie da im März dabei sind. Weil auch diese Lieferung ist schon zum Großteil vorbestellt. Jetzt kommen wir für mich zu einem Wahnsinns-Party-Gag für kleinstmögliches Geld. Das können wir wirklich sagen, oder? Ja, das ist jetzt ein Fotodrucker, nicht? Das ist unser kleiner Fotodrucker. Der ist so klein, dass der sogar in die Handtasche passt, in die Brusttasche, würde ich mal sagen. Und Sie sehen, wir haben hier schon mal ein Bild von Anne-Kathrin ausgedruckt. Ich führe den Ihnen auch gleich mal vor. Das ist auf Thermopapier. Welche Kamera ist es? Diese hier. Das ist auf Thermopapier. Das heißt, auch hier haben wir keine Verbrauchsmaterialien. Weil das ist das gleiche Papier, was in Supermarktkassen ist. Da müssen Sie sich vorstellen, mit heißen Nadeln wird da eben draufgedrückt und dadurch wird das Papier schwarz. Das heißt, wir haben keine Tinte. Das macht den Ausdruck natürlich unglaublich billig, also preiswert. Sie kennen das vielleicht von Sofortbildkameras. Da zahlt man 1, 2, 3 Euro pro Ausdruck. Das sind dann richtige Fotos. Hier, das sind eben diese Schwarz-Weiß-Fotos auf Thermopapier. Da liegen Sie wirklich im Cent-Bereich beim Ausdruck. Sie kriegen hier eben auch die Rolle gleich mit dazu. Und an diesen Drucker, auch der wird mit Bluetooth verbunden. Jetzt lege ich den Drucker mal, gebe ich dir den einfach mal in die Hand. Und mache jetzt mal, auch wieder die App kriegen Sie dazu, mache jetzt mal ein Foto von dir. Und das drücken wir dann mal aus. Wir haben die Auswahl, ob wir... Also ich stelle mir das vor, Partygäste kommen, man macht so Begrüßungsfotos, Gagfotos, macht dann eine Pintwand mit Erinnerungen. Druckt es gleich zweimal aus, dass der Partygast auch noch so etwas mitbekommt. Und das jetzt, weil du vorhin gesagt hast, Sofortbildkameras. Meine Tochter hat das mal gemacht bei einer Party. Und sie hat dann geflucht, was diese Sofortbildkameras kosten. Da musst du ja richtig teure Filme kaufen. Und dann kommen wir auf 2, 3 Euro oder 1, 2 Euro pro Bild. Ich weiß es nicht genau. Aber hier sind wir im Cent-Bereich. Und jetzt zeig uns, wie einfach kann man ausdrucken. Ja, pass auf. Ich halte das mal hier neben den Drucker. Das ist das Foto, was ich gemacht habe. Und wenn ich jetzt hier auf Drucken gehe, kommt es hier auch schon raus. Und zwar in dem Moment. Sie haben gesehen, wie schnell das geht. Und schon haben wir ein tolles Bild von der Moni. Sehr schön. Würdest du von uns 2 auch mal ein Bild machen? Oh ja, sehr gerne. Ich möchte mal eins für meine Pinnwand. Ich komme mal zu dir, Moni. Jetzt kriege ich ein richtig schönes Bild. So, jetzt komm, mach mal eins für unsere Party-Pinnwand. Das geht so schnell, ist so einfach und kostet also wirklich fast nichts. Sie liegen hier wirklich im Cent-Bereich bei den Ausdrucken. Hier haben wir jetzt das Bild. Schau mal, jetzt drucke ich hier drauf. Das Bild ist zu 50% schön. Also die linke Seite ist schön. Du kannst natürlich auch mehrere davon ausdrucken. Jetzt haben wir eins für Moni. Du wolltest auch eins haben, Ralf, ne? Ja, selbstverständlich. Und wir nehmen noch eins für unsere Pinnwand. Die Ausdrucke kosten fast nichts. Das ist ja das Tolle hier an denen. Ist ein toller, toller, toller Drucker hier, der Ihnen eben diese Möglichkeit gibt, sofort zu drucken. Sie können auch, wie gesagt, entweder mit Kamera machen oder Sie suchen sich ein Bild aus von den Bildern, die hier zufällig drauf sind. Guck mal, da haben wir auch einen. So 50% schönes Bild. Oh, das ist schön, ja. Das ist natürlich. Gib meine neue Autogrammkarte. Das wird meine neue Autogrammkarte. Ja, aber guck mal, wie schnell das geht hier, dieses Papier, das da rauskommt. Das ist wirklich toll, dass wir hier eben diesen Cent-Betrage haben zum Ausdrucken und dafür diesen Spaß haben. Schauen Sie, wir haben hier eine Pinnwand vorbereitet, wo wir schon ein paar Fotos rausgemacht haben. Das kann man dann einfach mal machen auf der Party. Von jedem so ein Foto machen und einfach mal ausdrucken. Und dann haben wir hier eben einen Riesenspaß. Und wenn jemand ein Bild haben will, kein Problem. Drucken Sie es Ihnen aus und geben Sie es Ihnen mit. Es ist überhaupt kein Problem. Es macht einen Riesenspaß. Wie gesagt, also die Größe von dem Drucker ist der Hammer. Funktioniert mit Akku natürlich. Also keine Batterien, kein gar nichts. Und dann können Sie die tolle Kamera von ihr, wenn Sie ein schönes Motiv haben, ist es natürlich auch schön. Mach Sie jetzt mal das Bild weg. Mach jetzt mal das Bild weg. Nimm mal ein schönes Bild von Monika. Aber ich finde das der Wahnsinn. Für so kleines Geld, 37,99 Euro. Wie gesagt, die Folgekosten sind minimal. Man muss Druckerrolle, also die 8 Meter lange Rolle, ist schon dabei. Und wenn man die nachkauft, werden wir Ihnen nachher auch noch welche anbieten. Die kosten einfach ein paar Cent. Das heißt, man hat sein Leben lang eigentlich die Möglichkeit, ohne irgendwelche Tinte oder Filme nachfüllen zu müssen, Bilder oder auch, und das kann man ja auch hier machen, Beschriftungen, Labels auszudrucken. Und das ist also, oh, wir müssen, glaube ich, die Rolle wechseln. Guck mal, wir haben schon so viele Bilder gemacht. Wir wechseln die Rolle, aber das ist auch kein Problem. Und Sie werden unglaublich viel Spaß mit diesem Gerät haben. Und wie gesagt, 37,99 Euro, Ingo, ist der Wahnsinn. Eine Rolle kommt dazu. Sie können auch noch Rollen nachbestellen, zeigen wir Ihnen gleich. Aber das Papier selber ist eben dieses Thermopapier, was Sie aus der Kasse kennen. Und da kriegen Sie jetzt diese tollen, tollen Fotos raus, mit denen man eben hier die Diener weitergeben kann, die man eben weiter verschenken kann, die man an eine Pinnwand machen kann, an einen Kühlschrank. Sie wissen am besten, wo Sie diese Fotos hintun können. Wie gesagt, das Hauptargument hier ist einfach der Spaß, dass wir hier Fotos für Centbeträge sofort ausdrucken können. Sie können nicht nur Fotos ausdrucken mit der App, können Sie auch Texte ausdrucken, Barcodes, was auch immer. Wir sind im 21. Jahrhundert. Sie können alles, was auf Ihrem Handy ist, damit im Prinzip ausdrucken. Und das macht einfach Riesenspaß. Ja, und das Wechseln ist übrigens auch einfach. Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, müsste es gleich wieder funktionieren. Schauen, dass wir es richtig rummachen. Och ja, guck schon. Haben Sie das gesehen? Wie schnell das jetzt ging? Und ich kann mich früher daran erinnern, als Jugendliche waren wir oftmals in diesen Fotoboxen an Bahnhöfen. Ja, ja. Kennst du das auch noch? Da hast du, was weiß ich, ein, zwei Mark reingeschmissen und dann kamen kurze Zeit später solche Bilder raus. Das kann man heutzutage selber machen. Jetzt kannst du weiter fotografieren. Ich bin absoluter Fan. Und die nächsten Partys kommen bestimmt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man jetzt zu so einer Hochzeit ein Hochzeitsalbum macht, Ingo. Ja, dass du so ein Album machst mit allen Gästen und dann einfach einen Ausdruck hineinklebst. Die sollen auch unterschreiben. Und dann hat man auch eine lang anhaltende Erinnerung. Ich bin Fan von diesem Fotodrucker. Und wenn Sie ihn mal ausprobiert haben, werden Sie es auch sein. Das ist ein Spaß für Jung und Alt. Und ich bin mir sicher, eben die Jungen, genauso wie die Großmütter und Großväter, werden viel Spaß haben. Oh. Ja, ja. So, ich sage Ihnen noch die Bestellnummer. Für unseren Akku-Fotodrucker, den stellt man hin. Wir haben ja per Bluetooth 10 Meter Reichweite. Man ist also nicht gebunden an die Räumlichkeit, wo der Drucker steht. Die Bestellnummer ist die NX4662 und die 569. Und Sie sehen, Ingo wird schon richtig zum Paparazzi. Jetzt haben wir hier, Sie haben gerade gesehen, ich habe nachgefüllt. Ja, unsere erste Rolle, die im Lieferumfang enthalten ist, ist natürlich mit dabei. Aber wenn Sie jetzt sagen, ich möchte ganz viele Fotos machen, würde ich Ihnen das Dreier-Set, jeweils acht Meter lang hier, noch empfehlen. Dann haben Sie also wirklich Hunderte von Bildern, die Sie machen können. Und wir haben es vorhin gesagt, Centbetrag, also 8, 16, 24 Meter von dem Druckerpapier, kosten gerade mal 4,74 Euro. Und wenn wir das mal anschauen, was sind das, 4, 5 Zentimeter? Also da kann ich Hunderte von Bildern ausdrucken, einfach mit dazu bestellen. Ja, und du hast jetzt hier eben, das ist eben so schnell. Sie haben gesehen, wie schnell das geht. Und wir haben jetzt hier tatsächlich, du hast eine Kleberolle reingetan. Ich habe eine Kleberolle. Wir haben auch noch selbstklebende Rollen. Die sind jetzt eingeblendet für 5,69 Euro. Ebenfalls drei dieser Rollen, 8 Metern und da einfach zusammen bestellen. Also hier jetzt die klebenden eingeblendet. Die haben die Bestellnummer NX4664 und die 569. Drei Rollen A8 Metern für 5 Euro. Entschuldigung, A4,30 Meter. Beim nicht selbstklebenden waren es 8 Meter für 5,69 Euro. Aber ich sage Ihnen auch noch mal, die Bestellnummer für die drei nicht selbstklebenden Rollen, wo man einfach so ausdruckt, das ist die NX4663 und die 569. Und wenn das jetzt noch zu klein war, wir haben das Ganze auch noch im XXL-Format. Selbe Technik aber. Selbe Technik. Auch hier drucken wir auf Thermopapier. Jetzt haben wir aber tatsächlich 8 Zentimeter breite Bilder. Und das ist schon ein bisschen größer. Das ist auch wieder alles per App. Und Sie können Fotos machen und sofort ausdrucken. Das ist der Drucker. Der ist nicht viel größer als der andere, aber Sie sehen, wir haben hier breitere Bilder, die rauskommen. Und hier können wir auch mal demonstrieren gleich. Sie kriegen natürlich auch wieder die App dazu. Hier können Sie auch wieder Bilder eben nehmen, die aus Ihrem, die schon in der Bibliothek hier drin sind. Oder Sie können Fotos machen und die dann eben selber ausdrucken. Hier können wir jetzt zum Beispiel von unserer Bildbearbeitung, machen wir, angeben wir einfach auf Kamera. Jetzt mache ich mal ein schönes Bild von dir, Ralf. Von mir gibt es, mache von Monika. Monika ist viel photogener. Und ich glaube, unsere Gäste schauen sich lieber Bilder. Auch ein strahlendes Lächeln von unserer Monika. Und das jetzt auch wieder ganz direkt eins zu eins ausdrucken. Ich finde das der Wahnsinn, wenn Sie sagen, auch hier die Größe und mehrfach. Und auch dann ist es ja, das Bild geht ja nicht verloren, wenn Sie es ausdrucken. Es ist ja weiter in Ihrem Mobilfunkgerät gespeichert. Das heißt, man kann es immer wieder ausdrucken oder auch in der eigenen Galerie dann verwenden. Aber ich finde, ich muss wirklich sagen, ich finde, Ingo, das ist ein toller Party-Gag. Egal zu welcher Gelegenheit, dass man solche tollen Erinnerungen schafft. Und da sehen wir es. Ach, da bin ich. Da ist die Moni. Ich halte es mal andersrum. Es ist ein Riesenspaß. Und hier, da können Sie den ganzen Abend mit fotografieren. Das hier einfach abreißen. Moment. Das hier einfach abreißen. Und dann können Sie die Bilder eben verteilen und weitergeben. Ich gebe dir mal den Drucker hier. Der ist super schick, ist auch sehr kompakt wieder. Dass wir den eben wirklich überall hin mitnehmen können, auf der Party einfach mal in die Tasche stecken und dann eben die Bilder verteilen, an eine Pinnwand machen. Sie haben es gesehen hier, das ist ein Riesenspaß. Bei großen, bei Partys, bei Hochzeiten, bei Weihnachtsfeiern. Ich weiß, ein Riesengag oder ein Riesentrend ist auch so Fotoboxen, die du mieten kannst. Da zahlst du schon mal, ich weiß nicht, 50 oder 100 Euro Mietgebühr. Dann pro Bild, je nachdem, noch mal Geld. Das hier einmalige Anschaffung. Und dann haben Sie Ihre eigene Partybox. Und zwar mit Ihrem Smartphone. Und Sie sind da frei in der Bewegung. Nicht ortgebunden, sondern wer reinkommt, wird mit einem Schnappschuss verewigt. Und das für 59,84 Euro hier in der XL-Version. Also Sie müssen jetzt nur entscheiden. Ich glaube, es braucht wirklich jeder. Aber wie machen wir es? Machen wir es ein bisschen kleiner mit der ersten Version? Oder, wenn dann richtig, XXL, dann diese Version. Und Sie sehen jetzt eins zu eins dieses zu 50 Prozent wiederum. Schöne Bild wird auch gleich ausgedruckt. Da ist es schon. Das ist auf dem Handy so gerade passiert. Und das ist der Ausdruck. Hier sage ich Ihnen auch gleich die Bestellnummer. Das ist die ZX5048 und die 569. Sollen wir mal einen kleinen Größenvergleich machen? Nehmen wir das andere Foto vom Ausdruck. Dann sehen wir mal den kleineren und XL. Da sieht man mal den Unterschied. Also nur, Sie müssen jetzt entscheiden, welche Größe ist die richtige für Sie. Steht bei dir demnächst ein Geburtstag oder eine Hochzeit oder eine Party an, Monika? Ja, meine Mama hat Geburtstag im Februar. Man fragt ja nicht, wie alt sie wird. Wahrscheinlich 29. Genau. Die Damen werden ja nicht älter. Das wäre ein bisschen komisch. Aber nee, so ein Fotodrucker mit. Das wird ein Riesengag. Jeder, der kommt, wird verewigt. Und dann freut sich auch, glaube ich, deine Mutter über so eine Pinnwand oder ein kleines Album als Erinnerung. Das war mein 29. Geburtstag. Was Sie mit dem Drucker natürlich auch machen können. Sie können jede Art von Text drucken. Und bei dem können Sie zum Beispiel auch lange Schriftzüge machen. Stellen Sie sich mal vor, jemand kommt nach Hause von einer langen Reise und Sie haben hier so ein großes Herzlich Willkommen. Mit Herz hier sogar. Wie gesagt, Sie können alles drucken, was auf Ihrem Handy ist. Und das eben in der Länge ganz, wie Sie wollen. Ich finde das toll, dass man hier dann alles Gute zum Geburtstag, herzlich willkommen. Ganz, ganz tolle Labels, die man da machen kann. Sie können auch so eine Scherpe machen. Mr. Pearl TV machen wir da für dich. Machen wir gleich mal. Also Sie sehen, unglaubliche Möglichkeiten. Und noch mal, Sie müssen niemals, wie bei anderen Druckern, den Toner nachfüllen oder wie bei anderen Fotogeräten, so Wortbildkameras, die Filme wechseln. Sondern das ist Thermotechnologie. Und die kann nicht leer gehen. Die Wärme wird einfach erzeugt durch den Strom, also durch den Akku, der hier drin ist. Und das ist einfach Technik, die mich begeistert. Wenn Sie natürlich ganz klar Farbfotos, Hochglanz auflösend wollen, dann machen Sie das mit anderen Geräten. Aber hier mit diesen Party-Gags, egal ob kleiner oder XL, ich finde das der Wahnsinn. Und ich glaube auch, Ihre Party-Gäste, ob das Geburtstag, Taufe, Hochzeit, Jubiläum oder einfach nur eine Grill-Party ist, die werden sich so sehr über so eine Erinnerung freuen. Das Bild übrigens mit uns zwei, das will ich nachher noch. Das will ich nicht mehr mit dir. Aber wir haben es ja dreimal ausgedruckt. Es macht einfach einen Riesenspaß. Sie haben gesehen, man muss nur drucken, drücken und schon kommt das Bild aus dem Drucker heraus. In jeder Größe, wie Sie wollen. Ob Sie da lange Labels machen wollen, ob Sie einfach nur Fotos drucken wollen. Es ist kinderleicht, damit eben umzugehen. Weil es sich einfach mit Ihrem Handy über Bluetooth verbindet. Und dann können Sie Bilder machen, Bilder drucken, wie Sie wollen. Also jetzt ran ans Telefon und den richtigen Drucker bestellen. Hier haben wir übrigens auch gleich noch Ersatzrollen mit dazu. Aber ich sage Ihnen erst noch mal, für den XL-Fotodrucker die Bestellnummer. Die ZX 5048 und die 569. Und der Preis hier einmalig. Das muss man ja sagen, keine Folgekosten, außer ein bisschen ein paar Cent für das Papier. 59,84. Eine Rolle Papier ist bereits im Lieferumfang enthalten. Das heißt, die erste Party wird bildertechnisch schon mal versorgt. Wenn Sie weitere möchten, haben wir jetzt natürlich auch noch ein Dreierset an diesem Thermopapier. Also genau für diesen Drucker. Sie haben ja auch gesehen, der ist ein bisschen breiter als der erste Drucker. Das heißt, hier brauchen wir auch ein bisschen breiteres Papier. Das Dreierset haben wir hier für gerade mal 7,59 Euro. Und die Bestellnummer ist die ZX 5051 und die 569. Und jetzt bitte genau aufpassen. Wir haben drei verschiedene von diesen Papieren. Wenn Sie das Ganze auch thermotechnisch wollen, aber selbstklebend, dann haben wir das nächste Angebot für Sie. Ebenfalls ein Dreierset selbstklebend von diesem Thermopapier. Das hat die Bestellnummer ZX 5052 und die 569 für gerade mal 9,49 Euro. So, und wenn Sie dann sagen, weiß ist mir zu langweilig. Ich hätte gern verschiedene Farben. Ich hätte das gern bunt. Dann haben wir die dritten Zusatzrollen, die Sie auch gerne mitbestellen können, nämlich drei Rollen von diesem Thermopapier, aber jetzt auf buntem Untergrund. Und die würde ich Ihnen auch, das ist auch nochmal vielleicht so ein I-Tüpfelchen, wenn man dann bunte Bilder ausdruckt, also auf buntem Papier, ebenfalls für 9,49 Euro. Die Bestellnummer hier, die ZX 5053 und die 569. Aber ganz egal. Übrigens auch selbstklebend, die bunten, die kann man dann einfach in ein Album zum Beispiel kleben, was ich vorhin gesagt habe. Hast du jetzt ein Foto von der Seite? Ein heimliches. Das willst du jetzt aber nicht ausdrücken. Na gut. Mach Bilder von Monika, die sieht von jeder Seite hübsch aus. Wir machen nochmal erneut fotografieren. Also wunderschön und ganz egal, für was Sie sich jetzt entscheiden, also für farbig, für selbstklebend, für Einzelne. Es wird ein riesen Partygag. Hier sehen wir nochmal alles, was wir zum XL-Fotodrucker inklusive der Bestellnummern angeboten haben. Unten dann die bunten. Sie sehen auch wieder in drei Farben. Die sind selbstklebend. Ich habe vorhin von Alben gesprochen. Die kann man direkt, ohne dass man noch einen zusätzlichen Kleber braucht, abziehen und reinkleben und auch den Gästen mitgeben. Jetzt sind alle unsere Geräte akkubetrieben. Ladekabel ist dabei. Wenn Sie noch ein Netzteil brauchen, um das aufzuladen, hast du uns da auch noch eins mitgebracht. Ja, wir haben ein super Netzteil in weiß Ihnen mitgebracht. Das passt da natürlich auch farblich dazu. Bestellen Sie es einfach mit dazu. Damit können Sie Ihre Geräte dann laden, wenn Sie kein Netzteil haben. Netzteile sind sowieso immer gefragt. Das ist das meistvergessenste Produkt in Hotelzimmern übrigens. Überhaupt generell. Es hat den Regenschirm abgelöst. Ich glaube, jahrelang war es der Regenschirm, der am meisten vergessen wurde. Jetzt ist es Netzteil. Kann man immer gebrauchen. Und zu unseren Thermodruckern, wenn Sie keins mehr haben, ist das leistungsstark. Kostet gerade mal 5,69 Euro. Die Bestellnummer für dieses wunderschöne, leistungsstarke Netzteil ist die PX2421 und die 569. Ich höre gerade die Nachfrage nach unseren Thermodruckern. Ist schon riesengroß für alle, die später eingeschaltet haben. Wir haben genau drei dieser Thermodrucker in dieser Sendung gehabt. Und die möchten wir Ihnen im Schnelldurchlauf noch mal zeigen. Unser erstes Produkt, eine absolute Katalogneuheit auf Seite 2 des aktuellen Katalogs. Nach drei Tagen schon ausverkauft. Das können Sie jetzt aber vorbestellen, damit Sie bei der nächsten Lieberung dabei sind. Ja, ein universeller Labeldrucker, der Ihnen vier Zentimeter lange Labels ausdruckt. Die sind dann tatsächlich ausgedruckt, auch noch laminiert. Das heißt, Sie sind also wassergeschützt und Sie können mit dem Finger rüberreiben. Da verschmiert nichts. Sie können alles ausdrucken, was Sie wollen. Also ganz normale Buchstaben für Beschriften. Sie können Symbole dazufügen. Sie können Emojis dazufügen, die Schriftart ändern und sogar Fotos in schwarz-weiß mit ausdrucken. Ideal zum Beschriften von allem Möglichen. Es gibt nichts, was nicht mehr gelabelt ist, wenn Sie diesen Drucker haben. Und gehört meiner Meinung nach in jeden Haushalt für 31,34 Euro auch bezahlbar. Bitte vorbestellen. Sie haben es gesehen, im März kommt die nächste Lieferung. Da können Sie dann berücksichtigt werden. Die Bestellnummer ist die ZX 5171 und die 569. Und weitergemacht haben wir dann mit meinem Partygag, den ich jeden wirklich ans Herz legen will. Ob Geburtstag, Taufe oder Hochzeit. Ein Fotodrucker auf Thermotechnologie. Ja, das ist ein Fotodrucker, der druckt auf diesem Thermopapier auch hier keine Verbrauchsmaterialien. Da wird keine Tinte gebraucht, weil es mit Hitze druckt. Und dann haben wir dieses Papier, das ist das gleiche Papier, was in Supermarktkassen ist und kostet Centbeträge im Vergleich zu Sofortbildkameras, wo Sie schon mal 1, 2, 3 Euro pro Bild bezahlen. So sehen die Ausdrucker aus. Die kommen sofort hier aus diesem wunderschönen Drucker raus. Klein, kompakt, Bluetooth, Akku, mehr ist dazu da nicht zu sagen. Und einmalig der Kostenpunkt 37,99 Euro. Wie gesagt, alle weiteren Ausdrucke kosten nur noch Centbeträge, weil das Papier, 8 Meter sind dabei, eine 8 Meter Rolle, aber das kostet wirklich nur ein paar Cent. 37,99 Euro für unseren akkubetriebenen Thermofotodrucker. Die Bestellnummer ist die NX4662 und die 569 für 37,99 Euro. Und wer es ein bisschen größer will, wir haben die gleiche Technologie, aber auch noch im XL-Format. Und wir sehen auch gleich nochmal den direkten Vergleich. Das sind die großen Bilder. Hast du noch ein kleines Bild bei dir? Ja. Dass wir mal einen direkten Vergleich sehen, was der XXL oder der XL eben nochmal für einen größeren Unterschied hier zeigt. 8 Zentimeter breit das Thermopapier hier gedruckt, also deutlich größere Bilder. Auch sofort vom Handy. Sie können alles drucken, was Sie auf dem Handy haben. Hier kommt schon das nächste Bild raus. Schau mal hier. Das hast du jetzt wieder gedruckt. Monika nochmal. Monika nochmal ausgedruckt. Die versteigern wir nachher. Aber so schnell geht das hier auf dieses Thermopapier. Es kostet wirklich fast nichts. Also es sind Centbeträge, die der Ausdruck hier kostet. Ein Riesenspaß. Einmalig die Anschaffungskosten von 59,84 Euro. Die Bestellnummer ist die ZX5048 und die 569. Und wenn Sie jetzt nochmal die Bestellnummern auch von den Thermorollen für beide Drucker, für alle drei Drucker haben wollen, schauen Sie einfach auf unserer Homepage vorbei. Da steht alles nochmal aufgelistet. Also ganz wichtig, www.pearl.tv, weil nur dort bekommen Sie auch den fantastischen TV-Sonderpreis. Und ich glaube, die Label braucht wirklich jeder. Die bitte vorbestellen, dann haben wir ein bisschen Ordnung. Und man vergisst auch nicht, was man wohin getan hat. Und die Fotodrucker, die werden ein Highlight auf ihrem nächsten Grillfest, auf dem Geburtstag, auf der Taufe, der Hochzeit oder was auch immer ansteht. Und auch so, wenn man einfach mal zu zweit allein ist, kann man wunderschöne Bilder machen. Also ich werde mir dieses Bild von uns, Monika, werde ich mir ins Büro hängen. Auf jeden Fall direkt über meinem Beschreibstisch oder über meinem Rechner. Und Sie können solche Ausdrucker auch machen. Also gehen Sie jetzt ans Telefon, holen Sie sich diese tollen Sachen in der Größe, wie Sie möchten. Und dann wünschen wir Ihnen ganz, ganz viel Spaß damit.